Josef Kahn! Josef Kahn! Sie stehen unter Arrest. Wessen bin ich angeklagt? Wie lautet die Anklage? Wirklich, Herr Kahn, glauben Sie im Ernst, dass wir nicht wissen, wer Sie sind? Wir sind Herr Isilat. Sie sind angeklagt. Ich stehe unter Arrest. Woher wissen Sie es? Sie weckten mich auf und sagten es mir. Sind Sie sicher, dass Sie wach waren? Womöglich ist das eine Pfanne. Kann es einen Zweifel geben, dass hinter meiner Verhaftung eine riesige Organisation am Werk ist? Keine Hoffnung, aus Ihren Klauen herauszukommen. Man kann unmöglich durch und durch schuldig sein. Ihr müsst mich umbringen! In Ketten zu liegen ist manchmal viel sicherer als frei zu sein. Überung. auch mit dem Schräg